Herzlich Willkommen zur 191. Folge vom Kerbal Space Programm Ausweg nach Hause und dafür müssen wir mal irgendwo Manöver setzen. Ich setze das mal. Ist da jetzt noch irgendwie was ausgewählt? Aha, jetzt habe ich den natürlich falsch. Ach, wir sind ja noch im Ding ins Bildschirm. Alles klar. Gut, dann gehen wir rein. Ich hoffe, das war jetzt das Richtige. Ja, war es wohl. Also wir sind noch da. 27 Meter. Wir entfernen uns, glaube ich, von dem Ding. Ja, gut. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwo den Weg nach Hause finden. Und zwar würde ich sagen, ist das hier irgendwo. Manöver hinzufügen. Und dann geht's los, oder? Das geht nach da weg. Wo funktioniert das denn? Das sieht wohl dann ganz gut aus. Aber das, äh, müssen wir mal gucken, wo der gleich hingeht. Das ist ja auch noch eine Frage, ne? So, welche Taste war die, wo das langsam geht, da? Ne, ich glaube nicht. Also, ja, wir sind ja schon hier draußen. Die müssen wir mal dann im Auge behalten. Müssen dann aber gucken, dass wir das wieder kleiner vielleicht kriegen, oder? Der wird größer. 20 hat nur noch eine. So, dann müssen wir das da wohl irgendwie anders noch verschieben. 18, 17, 16, 15. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 9, und, ups, das müssen wir mal gerade ein bisschen langsamer machen jetzt. 180, 170. Ja, das ist alles schaffbar, so wie das aussieht. Und 44 war da irgendwas, ne? 50. Passt. So, jetzt nochmal reingucken. Also, das ist der Weg nach Hause. Und, äh, ja, das kann nicht sein. Dann fliegen wir mal durch den Planeten durch. Äh. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ja, jetzt sehe ich hier den Dingens gar nicht mehr. Okay, kann natürlich sein, dass wir dann schon voll landen, oder so. Ah, weiß ich nicht. Aber, wir müssen ja erstmal hier gucken. Dass wir den Escape-Punkt richtig finden, ne? Oder. Also, hier müssen wir immer durch den Planeten weg, oder wat? Sieht wohl so aus, sonst kommen wir nicht nach Hause. Das bedeutet, wir müssen einfach erstmal nur an der passenden Stelle unser Dingens hier vergrößern erstmal. Äh, wo sind wir denn hier zum Beispiel? Ich mach das mal weg. Und hier müssen wir mal einfach ein bisschen größer brennen. Da brauchen wir ja nicht viel für. Dass wir da erstmal vom Planeten wegkommen. Machen wir erstmal so. Und das ist ja eigentlich nur in Flugrichtung dann, oder? Was haben wir jetzt? Wieso geht das nicht? Gibi. Techniker. Zwei Piloten sind hier dran, oder? Denkens. Ja, warum das jetzt hier nicht anlässt, weiß ich nicht. Wir haben keine... Ja, egal. Machen wir von Hand dann, ne? Das machen wir erstmal aus. Weil wir müssen ja einfach gleich nur hier mal in Flugrichtung ein bisschen beschleunigen. Genau. So, dann hier hin. Und hier hervorspulen. Und dann gehen wir ein bisschen Schub, ne? Obwohl das Manöver eben wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen. 42. Gehen wir mal so auf 80. So, 25. Ein bisschen ausrichten hier noch. Und Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ist auch egal. Wir sind ausgerichtet und kommen Richtung Apo-Apsis. Und geben da gleich mal Gas kurz und dann wissen wir, dass wir da wegkommen. So. So. Sind wir das? Fokus sitzt jetzt auf Minmus. Ob ich den jetzt will? Aber wir fliegen ja auf Minmus, ne? So, hier machen wir gleich den Flieger. Müssen wir mal von der Oberfläche uns erst mal lösen hier, ne? So, passt. Manöver können wir löschen. Und wir sind jetzt hier hinten und machen da ein neues Manöver. So, und wollen dann nach da hinten. Naja, ist jetzt nicht die ideale Möglichkeit. Oder wir sehen jetzt gleich mal. Erst mal gucken, wie es geht. Okay, da kommen wir weg. Das ist schon mal so. Kerbin Apoopsis. Die brauchen wir dann erst mal. Okay, das hilft uns schon mal nicht weiter. Dann gucken wir mal, dass wir das erst mal verringern. Okay, das war es wohl auch nicht. Wahrscheinlich eine schlechte Stelle erwischt. Sack, weg. Nee, wir fliegen erst mal bis hier hin. Rohrspulen. Und dann machen wir die Perae Absessor erst mal größer, damit wir mal ein bisschen die Abstand kriegen. Dann kriegen wir das vielleicht auch hin, oder? Flugrichtung ausrichten. So, Hammer ausrichten. Und dann ein bisschen hier größer werden, ne? Nicht, dass wir da nachher irgendwie noch draufstürzen. So. Und jetzt setzen wir mal hier ein neues Ding ins Manöver. Und gucken zu, wo wir da hin müssen. Escape brauchen wir erstmal. Und dann müssen wir weiter gucken. Jetzt habe ich das auch ausgemacht. Kriege ich das wieder an. Ja. Jetzt zeigt er mir hier alles tausend Sachen an, die ich gar nicht haben will. Die will ich auch nicht haben, oder? Und die auch raus. Jetzt hat er hier drauf reagiert, oder was? Das ist ja der Hammer. So. Minimus V6. Jetzt habe ich irgendwie noch eine Anzeige von Minimus V6, die ich auch nicht haben möchte. Weg jetzt hier. Ja. So. Jetzt hat er mir die nächsten angemacht, oder was? So. Jetzt bin ich es endlich los. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Ja. Den da hinten brauchen wir. Ist das so richtig? Wir haben so eine 6, wir haben so eine 7. irgendwo da ist es wohl, dass wir das hinkriegen könnten. So. 9, 8. Wie sind wir denn jetzt hier in unserem Bereich, wo wir escapen? Okay, das funktioniert nicht, weil wir da auf den Planeten stürzen würden. Da wird das funktionieren, aber ich glaube, wir würden dann nicht unbedingt dahin kommen, wo wir hinwollen. Alles klar. Ja. Sehen wir das? Ja. Das bedeutet hier gleich nochmal brennen. Ausgerichtet sind wir. Hier vorspulen. Und einfach da mal Schub geben, damit das hier größer wird. So. Den Punkt können wir wieder vergessen. Und gucken, wo ist es? Da ist es. Und jetzt machen wir hier ein neues Manöver. Und entfernen wir uns erstmal von Windows. Okay. Da haben wir dann das erreicht. Dann haben wir wieder eine Umlaufbahn umkörben. Und das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen, dass das passen wird. 11. 11. 10. 9. 8. 7. 5. 4. 1. 2. 1. 900.000, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 oder 87. Ne, das ist ein Falschraum, 30, 20, stopp, das war zu viel, und schon wieder zu viel. So, lassen wir es. So, wie ist jetzt die Flugbahn hier? Ja, wir kommen da dran vorbei. Passt, müsste also gehen. Kein Absturz, wir nehmen wohl den Schwung noch hier mit. 248, wir haben 500 noch was, sollte also auch funktionieren. Ja, dann. So, alles in trockenen Tüchern, oder? Gut. Aber ich würde sagen, das Manöver haben wir. Das werden wir aber in der nächsten Folge dann ausführen. Haben wir noch ein bisschen Weg bis dahin. Muss auch nächstes Mal vorspulen. Jo, ich sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.